Ihr seht, was für unreine Haut dieser Typ hat. Dann geht ihm diesen grünen Stick darüber. Die ganzen Unreinheiten kommen aus der Haut. Ich habe gar nicht wenig Geld ausgegeben und diesen grünen Stick bestellt. Es hat Wochen gedauert, bis der ankam. Und jetzt warten wir, nachdem wir es aufgetragen haben. Und schaut euch mal bitte an, was aus meiner Haut rauskommt. Ist das real oder ist das fake? Ihr seht auf jeden Fall, wie gesund und rosig meine Haut nach der Reinigung aussieht. Die ist super gut mit Feuchtigkeit versorgt. Und ich liebe das Gefühl. Wer soll das auf jeden Fall auch ausprobieren?